Der Baufweber Adventskalender präsentiert von Benny. Hoho liebe Freunde, ich begrüße euch zum Baufweber Adventskalender. Dieser Adventskalender geht vom 1.12. bis 24.12.2018. Heute wird das letzte Türchen geöffnet. Türchen, öffne dich! Und heute befinden sich in Türchen 24 eine Xbox One S mit 500 GB Speicher, 3 LS19, 5 Baufweber Hoodies und ein persönlicher Weihnachtsgruß von Benny. Ich wünsche euch frohe und gesegnete Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr. Um bei der Baufweber Adventskalender Gewinneraktion teilzunehmen, musst du dir auf www.bauauf-weber.com einen kostenlosen User-Account erstellen und anschließend deinen Baufweber Username in die Kommentare schreiben. Anschließend wird bis Ende des Tages, an dem dieses Video hochgeladen wurde, ein oder mehrere Gewinner gezogen. Wichtig ist, dass dein Username auf Baufweber registriert ist. Solltest du gewinnen, werde ich dir eine E-Mail an die auf www.bauauf-weber.com von dir hinterlegte E-Mail-Adresse schicken. Viel Erfolg und ich freue mich auf das nächste Türchen. Bis morgen meine Freunde, liebe Grüße, euer Benny.